So, jetzt habe ich hier noch eine Elysium und eine Discovery jeweils von 2018. Nach 23 Uhr. Ja, das sind doch noch mal geile Viko-Batterien gewesen. Die gab es dann schon gar nicht mehr, ich glaube. Die Discovery. Wo soll man da zuerst hin filmen? Richtig geil. Richtig. Richtig. Richtig.